Land der Verheißung, Land der Verbannung, ewig weit, bitterkalt, Sibirien, ein Mythos und ein großes Abenteuer. Zwei deutsche Familien sind aufgebrochen, hier zu leben, so wie die Menschen am Ufer des Baikalsees. Ein harter Alltag in einer dramatischen Landschaft, geprägt von einer Kälte, die den Atem gefrieren lässt. Den Zauber dieser fremden Welt wollen sie erleben. Aber wie lange werden sie durchhalten? Untertitelung des ZDF, 2020